hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge wir schwatten nach gras und werden gleich beginnen mit pressen und silageball dann wollen wir loslegen der dünger ist teure arbeit auch wie man sieht schön verdoppelt aber dann ist fertig obwohl auch keine wachstufe ist also aussehen mit dünger dann umkaufbekämpfung dann ist die textur wieder gelöscht und dann geht das von vorn los jedenfalls so ähnlich es geht aber nur mit cosplay weil der helfer würde das nicht so erkennen weil der würde sagen ist noch nichts gewachsen kann es noch nicht tun ok jetzt gehen wir zu unseren ballen pressen haupt noch nicht reif dazu werden wir mal drehen schöne schwarze 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 dicke dicke fette die lageball werden wir mal gucken werden wir heute kurz laden kurz play pop 144 aktuell heute neu ist jetzt schwatten 21 schwatten da bist ja der erste ball ist ein stroh müsste eigentlich gemischt sein normalerweise naja wenn der stroh anfängt dann kommt stroh raus aber jetzt vom gras die folie nicht reißt und noch einer was kommt denn der her , oh da ist das , weil wir da sitzen so ok es sind drehen Wunderschön. Ich bin ja gleich schon BGH verkauft. Ja, Ecke. Na gut, da wird ja nix. Aber tausend anders. Geparkt. Warte, fahr weiter. Können wir mal durchschauen. Reparatur. Garage. Watt für. Wie, watt für. Was für ein Preis. Da muss ich mal schauen. Das wäre ein Scherz. Das wäre ein Scherz. So, Dünger weg noch. Schauen wir es mal. Zum Händler. Oh nein, bauen wir nicht. Da war ein Bord drin. Können wir da durch zwischen den Autos haben. So. Die sind wieder. Okay, wir sind wieder auf. Ich habe noch mal Ruhe aus. Als wäre es schon eher... Das ist ganz komisch. ich dachte schon eine millionen so im Grunde wenn jetzt alles drunter geratzt ist auf der Wiese 25 ah der Rattungsstufe die dann kommen würde wäre auch der Hopfenreif und der Hortelreif das hieße die Wiese retten nach links liegen das können wir uns gar nicht erlauben wir haben eine Rede für die abgeändert bekommen und das 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 ich kann da nichts anfangen lohnt sich nicht das 30 ist eine andere fläche die pro wiberei wo es hier segewerk bis in wald kann man sich leisten ein bisschen forstbaren theoretisch also mit einer sich finden würde und sagen würde was machst du aber könnte ja jemand reinschreiben was er verhaben möchte das ist doch im grünen oder silage mais oder irgend so was ist jemand fertig Das könnte immer noch feuer sein. Mal gucken mal die Kühe an. Die liegen sehr gesund. Gucken wir nicht raus. Also Silageballen habe ich hier eine 2 und draußen noch ein paar. Draußen waren noch ein paar. Neue ist noch genug. Stroh ist auch genug da. Kilo ist gut. Yo. Blocking. Ja, den geht es gut. Keine Falte, keine Einbrüchte, nix. Pralle heute. So gefällt mir das. So. So, das gedüngte ist auch. Lassen. Jetzt fahren wir mal zum Hof zurück. Machen wir voll. Gleich für die. Für die Wiese. Wiese Düngen. Wiese Düngen. Wenn es gewünscht wird, mache ich auch mehr Folgen. Aber. Wenn es einer sich das wünschen würde, habe ich sofort eine Folge. Zwei Folgen am Tag noch. Schau. Wiese Düngen. Wiese Düngen. Wiese Düngen. Wiese Düngen. Wiese Düngen. Fenster aufkippen. Ich wäre zu warm. So. Licht. Prost. Was ist die Ava? So, auf zur BGH, gleich vor der BGH, den Strohballen wollen wir nicht haben. Wir fahren mal nach dem Hof, oder zum Rand, weil die stört. War das ein Reifen gewesen? Ja, das passt schon zu. So, dann haben wir es den ersten drauf. Das wäre ganz gut, wenn da die Ballen weg sind. Wir hatten jetzt die BGH zum ersten Mal, den Patch. Wo war es gewesen sein soll? Ich weiß es doch nicht. Das ist ein Wald, der unkürzlich liegen könnte. So. So. So, liebe Freunde, Landwirtschaft, das darf es für die Folge gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich freue mich über ein Like. Ich schaue euch über ein Abo. Gut auf den 1378. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.